2 1 werft ihr geschützt sein so es geht los leute das minigame beginnt was geht bros ich bin es wieder euer braille brum willkommen zu einem neuen video von mir heute habe ich wieder so ein krasses video für euch denn wir spielen heute richtig coole minigames mit meinem disco zusammen also wir sind alle schon bereit in der lobby übrigens leute wenn ihr auf meinen discord server kommen wollt und gerne mit mir oft abends zocken wollt dann kommt einfach ein ersten link der beschreibung und ja also wir spielen ein richtig gutes minigame und zwar werden wir jetzt also acht leute von uns spielen mit riko zwei von uns spielen mit jesse wir spielen auf dem web königliche piste nur die es gibt noch eine frage wie nenne ich dieses minigame das ist jetzt euch überlassen als die welt gleich sehen wie cool dieses mini spiel ist und das könnt ihr auch gerne mit euren freunden auf meinem disco zu aber einfach spielen ab und zu wenn ihr wollt ihr werdet gleich selbst sehen wie lustig das sein wird eure aufgabe ist es dass ihr dieses spiel da einen namen gibt und ja also ihr werdet gleich sehen wie es abläuft let's go leute drückt alle bereit auch grüße an jeden der erzieher in der leute mit dabei ist so gelma king brum macht noch ready so wir starten direkt ok freundes geht los das wird so cool werden alter also freund die regeln sind einfach keiner wir laufen jetzt einfach sehr in die mitte rein die beiden jesse's müssen jetzt einfach ihr roti aufladen ohne jemand anderen zu killen das wichtig und keiner kennt sich erst mal gegenseitig auf gar keinen fall leute und die rikos und so die müssen sie schießen einfach gar nicht also die jesse's laden kurz ein roti hat einfach auf schießt einfach einmal an alles connected pass auf nicht nicht zu viel so wartet wartet kurz bis alle wartet immer safe ok beide jesse's haben jetzt die roti die rechte jesse geht jetzt nach links hinter den fluss also hinter den see nein nein link ist toxic werfen nicht dein geschütz nicht nicht werfen jetzt oder ja doch geh hinter den see genau da wo der andere die andere jesse steht geh dahinter so und du wirst jetzt gleich dein geschütz genau da vor den see also genau da wo du oder eins nach vorne wo du stehst genau vor den see genau gegenüber und dann läufst du einfach zur seite und wir anderen rikos wir müssen jetzt hier drin überleben freunde ok so macht ihr das auf meinen counter und wirft ihr beide euer geschützt ok wir können noch kurz diese die kiste kaputt machen damit das geschützt ist nicht anhältet so ok so freunde und jetzt kann es losgehen die werft zwei geschützt sind die anderen jesse sie macht einfach nichts und es geht los kommt genau in die mitte wir dürfen nur hoch und runter gehen dafür dass sie dass sie da finden darf dann geschützt sind so dass die mitte freundes geht es jetzt pures dabei wir hier wer von uns bleibt als letztes überleben oke die eine jesse hans jetzt den geschützt zum nach vorne werfen müssen wir jetzt recht die brennungsvoll das ist auf jeden fall erste fehler gelesen aber jetzt ist wie gesagt die erste runde vielleicht das ganze direkt hier die sie klappen die andere jesse ihr kommt ihr könnt eigentlich ihr bräuchte eigentlich gar nicht mitmachen ich weiß nicht okay ich merke schon wir brauchen gleich drei jesses zwei sind zu wenige brauchen drei geschützte wir werden wir schaffen wir werden nicht da umgehen wir sind zu viele das ist schon mal das was wir gleich besser machen werden dann wird das mini game perfektioniert werden also freunde es klappt noch nicht deswegen wir kennen uns jetzt einfach alle gegenseitig der letzte überlebende so gleich bleibt dran es wird jetzt unnormal muss ich werden mit drei jessies oder doch drei jessies und was man jetzt hier vier jessies wir gucken erst mal wie es mit drei jessies funktioniert und danach schauen wir weiter ob das mini game dann fertig ist und übrigens freunde wenn ihr fort mit spielt könnt ihr gerne mein fort mit kanal abspielen ich habe auch ein fort mit kanal falls es nicht wusste dort kommt jeden tag ein fort mit video und wenn ihr absolut in ihren bruder sein wollte dann benutzt man fort mit creator code der steht hier also kommt jetzt alle wieder mitte rein alle in die mitte wir können es ja auch so machen dass sie also oder machen wir es so mit den kinden wir gucken dass wie das jetzt klappt also die erst drei jessies laden kurz die roti auf geht jetzt können sie wieder einmal okay wir haben die rotis jetzt geht es schon ihr beide zur seite und jetzt nur noch die eine jessie muss noch die roti aufladen und die anderen beiden jessies haben oder es ist jetzt ben gestorben nein ben bro also verdammt digga toxic ich weiß es war nicht extra also chillt die eine jessie geht jetzt wieder hinter die wirft wieder gleich in dingen geschützt und genau hier wo ich stehe die andere jessie wirft ihn einfach auch irgendwie hier irgendwie ich weiß auch nicht das macht sie muss auf jeden fall den geschützt zu mir in die ecke werft eigentlich hier hier muss der andere jesse stehen kommt wir müssen schnell noch leute warte du bleibst hier hexa du gehst du wirfst ein geschützt gleich hin und wichtig ist dass die jessies dann weg weg gehen halt damit die schütze nicht angeht werden also werft jetzt ein geschützt sein los jungs 32 hexa so jetzt geht es los sehr gut jetzt ist pures dabei wir freunde das ist die sache ich bin da und digga war zu leute bleibt dran es ist wichtig wir müssen herausfinden wie es perfektionieren freunde ihr seht schon in welche richtung das minigame geht es ist schon sehr sehr lustig also finbo ist der letzte überlebende gewesen die beiden jessies hier wir machen das jetzt wieder so ich glaube das ist die bessere variante freunde zwei jessies und die beiden jessies nehmen sich jeweils drei oder vier kisten das ist gut okay freunde jetzt wird das minigame hoffentlich perfektioniert werden und perfekt klappen also zurückbereit let's go also ihr beide nimmt euch jetzt drei kisten wenn ich sogar vier nimmt euch einfach drei vier kisten und laden sie auf hier brauche ich komme extra zu dir aber bitte achtet darauf dass sie keinen kills keine riko darf sterben wirklich keiner so kann das schön schnell machen schnappt ihr das kurz und kommen an die mitte rein alles ehrenmänner guck mal wie die wie die schön die ganzen kisten aufmachen keiner nimmt leute kurs geht raus an euch ehrenmänner so ok hinter einmal rein hexer schießt mal schießt mal einmal an guck mal wie alle wie das auch alle kollektiv leute warte jetzt kurz bis wir jetzt noch einmal an hinten so ok sehr gut jetzt hast du die ulti bro nimm dir den power cube wo ist die andere jessie links digga toxic wo bist du bro komm jetzt rein es geht los go toxic love weg so jetzt geht es los das minigame geht los wir dürfen nur in der mitte sein freunde nur in der mitte sein leute nur in der mitte sein und survival geht los oh mein gott oh mein gott oh mein gott let's go oh ich bin fast letzter leute ich gewinne es irgendwie nicht verdammt digga verdammt ok die beiden letzten duellieren sich hier aber okay so wie ist lustig alter feier ich auf jeden fall das game wie findet ihr es sollte das ist das wichtigste findet ihr es auch lustig schreibt die kommentare rein und also kommt schon mal raus leute wir machen es wieder so jeder der mein creator code benutzt der wird von mir zurück abonniert auf youtube und ihr müsst natürlich kommentieren damit ich meinen kanal finden kann und ich werde ganz so vier leuten wie möglich versuchen ein herz noch zu geben das ist auf jeden fall das ding ok wir machen noch eine letzte runde und ich würde sagen ihr nehmt also toxic und hexer ihr solltet am besten nicht so viele pause nehmen ich würde sagen ein gutes mit dem maßen zu drei stück nicht mehr drei proben sind gut dann macht es schon gut schaden okay so machen wir das jetzt ihr habt gehört was jetzt was jetzt ansteht ihr bei den drei proben und nicht mehr proben oder so dass wir wollen dass das das perfekte die perfekte spielweise einfach rausfinden damit ihr das mini game nachmachen können mit einem freundin okay also hätte uns einmal an jesse hexer jetzt warte kurz warten sich für fast dort so okay ihr braucht noch ein paar kubes ihr habt nur einen leute braucht man braucht noch welche geht hoch braucht noch unbedingt jeweils zwei kisten freude warten wo sind die ganzen kisten hier ist eine wusste noch eine wüsste schnell machen wir haben nicht so viel zeit darum ist noch ein jungen links hier auf der direkt hoch und jetzt kommt schon wieder die berg in die mitte alle berg in die mitte freunde jetzt gleich können wir das game starten so kein riko ist da und das ist doch nice also einer du gehst hinter den busch geht stelle ich da ein roger pass auf kreken nicht hinten ist connected ja warte jetzt okay du wirst dann geschützt du weißt wo es geht los stellt sich die mitte stelle ich mit rikos es geht los 3 war zwar noch ein screenshot das 321 werft ihr geschützt sein so es geht los leute das minigame beginnt was noch keinen namen hat aber es geht los oh mein gott fast sauer digga fast sauer und fast nicht wie viel pech kann man haben aber egal wie gucken wir gucken zu was passiert wer welcher riko bleibt der letzte überlebende wer bleibt der letzte kommen noch einer stone standards gehst weg also guck mal die haben eine gute taktik herausgefunden gamer king digga du er macht's gut guck mal gamer king wird nicht angezogen was das ist die taktik guck mal gamer king halter digga okay da kommt er jetzt oh wer bleibt der letzte bar zu oder gamer king leute es ist so heftig knapp oh mein gott batu hat gewonnen alter digga heftig mann heftig das blatt hat sich noch heftig gewendet grad glückwunsch auf jeden fall ist ein mega cooles minigame so leute das auf jeden fall das minigame was leider noch keinen namen hat schreibt in die kommentare wie wir es nennen wollen dann könnt ihr einfach sehen oder ihr seht einfach anhand des titels wie ich es nenne okay so können wir es natürlich auch machen und ja wenn euch das gefallen hat gibt einen daumen nach oben grüße hier draußen an den ganzen discord kommt auch auf mein discord rein link in der beschreibung wenn ihr auch in der zukunft bei solchen videos dabei sein wollt ich werde jetzt oft wieder solche videos hier drehen ich denke mal heute abend werde ich noch so ein video drehen deswegen leute kommt drauf ich würde sagen wir uns morgen beim neuen video haut rein euer blöber und so so okay nice leute